Wir sind im Finale 6, Anfängerhut 13, das B-Finale. Hier den besten Start erwischt ein Fahrer aus Herzogenaurab. Das ist Nils Pitch. Nils Pitch auf Position Nummer 1, auf Position Nummer 2. Das ist Till Louis Barke aus Königsbrunn. So geht es auf die zweite Reihe. Und in die zweite Kurve schauen wir auf Position Nummer 3. Das ist N.O. Meyer aus Weilheim mit der Startnummer 334. Er greift nochmal den zweitplatzierten. Die Startnummer 339, dem Till Louis Barke aus. Schauen wir her, er kommt als erstes aus der Kurve. Es ist die Startnummer 343. Es ist N.O. Meyer aus Weilheim. Vorne weg fährt der Herzogenaurab, Herr Nils Pitch. Das ist N.O. Meyer aus weil Heit bleiben. Vorne weg.